Moses ben Israel Iserles war ein polnischer Rabbiner des 16. Jahrhunderts. Er wird oft mit dem Akronym Rimmer bezeichnet, den Anfangsbuchstaben von Rabbi Moses Iserles. Sein bekanntestes Werk sind seine Glossen zu Josef Karos Gesetzessammlung Schulchan Aruch, die für die aschgnasischen Juden verbindlich sind. Leben Iserles studierte zunächst bei seinem Vater Israel ben Josef. Einer sehr vermögenden führenden Persönlichkeit unter den Krakauer Juden und Talmudkenner und bei seinem Onkel Moses Heigerlich in Krakau. Sein Vater sandte ihn nach Lublin an die Jeschiva von Shalom Schachna, wo er bis 1549 studierte und nach der Überlieferung Schachnas Tochter Golda geheiratet haben soll. Sie starb 1552 im Alter von 20 Jahren. Neben dem Talmud studierte Iserles auch Philosophie, Astronomie und Geschichte. Schon als junger Mann galt er als herausragender Gelehrter und wurde 1550 zum Mitglied des Krakauer Berlin ernannt. In der Folge gründete er eine eigene Jeschiva und unterstützte seine Studenten aus privaten Mitteln. Als Poseck verfasste er halachische Entscheidungen, die für das ganze aschgnasische Judentum verbindlich wurden. Iserles war auch Sofer und schrieb eine Tora-Rolle nach den Regeln aus einem alten Manuskript, das Josef Karo für ihn in Saft gekauft und nach Krakau geschickt hatte. Iserles wurde neben seiner Synagoge begraben. Bis zum Zweiten Weltkrieg pilgerten Tausende von polnischen Juden jedes Jahr an Lagbauma, seinem Todestag zu seiner Grabstätte. Zu seinen Nachfahren gehören Moses und Felix Mendelssohn. Werke Seine Zeitgenossen bezeichneten Iserles als Maimonides des polnischen Judentums. Der Vergleich bezieht sich vor allem auf seine universalistische Lebensauffassung und die Verbindung von talmudischen und weltlichen Studien. Iserles verfasste Werke in den Bereichen Halacha, Kabbala, Homiletik, Philosophie und Naturwissenschaften. Dazu gehören Darche Mosche, ein Kommentar zu Beth Josef von Josef Karo, den Iserles später zusammenfasste und als Anmerkungen zum Schulchan Aruch, dem gedeckten Tisch von Karo unter dem Titel Hamapa herausgab. Durch Iserles Anmerkungen zum Schulchan Aruch wurde dieser auch zum verbindlichen Gesetzbuch der aschnasischen Juden, bis heute. Zu Iserles philosophischen Werken gehören ein Kommentar zum Buch Esther namens Michiel Jajin, sowie ein Kommentar zu einer hebräischen Übersetzung der Theorie Kenovi des Astronomen Georg von Poyerbach. In einer Response an den polnischen Rabbiner Salomon Luria erwähnt Iserles seine Liebe zur hebräischen Sprache und gestattet das Lesen der Gedichte von Immanuel Harami, militärischen Chroniken und weiteren weltlichen Büchern am Sabbat, unter der Bedingung, dass sie auf hebräisch geschrieben seien.